Es war 10.08 Uhr, als Thorsten Fink ein letztes Mal an der Geschäftsstelle des Hamburger SV vorfuhr. Er wollte sich persönlich von der Mannschaft verabschieden. Erst am späten Montagabend hatte er von seinem Rauswurf erfahren, von Oliver Kreuzer, seinem Vorgesetzten und Freund. Ein Schock für Fink. Ja, es ist natürlich so, wie der Herr Jahrhoff es gerade angesprochen hat, dass uns allen diese Entscheidung, die wirklich gestern relativ spät gefallen ist, nicht leicht gefallen ist. Speziell mir nicht leicht gefallen ist, weil ich wirklich zum Thorsten ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Ich hoffe, das bleibt auch jetzt noch bestehen. Deswegen, wenn man so eine Entscheidung dann einem guten Kollegen mitteilen muss, dann ist das nie einfach. Alles andere als freundschaftlich, Kreuzers Begründung für die Entlassung. Gestern Mittag hatte der Sportdirektor noch lauthals verkündet, das Thema Trainer stelle sich für ihn nicht, Stand heute, sprich gestern. Und nun überraschend deutliche Worte, die wie eine Abrechnung klingen. Die letzten Wochen, die Spiele, wie sie abgelaufen sind, die Entscheidungen, die er getroffen hat, ja, die waren etwas unglücklich am Ende des Tages. Die haben auch, glaube ich, dazu geführt, dass wir in dieser Höhe zum Teil verloren haben. Und nochmals, ich hatte eigentlich nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen in ihn, dass er wirklich, ja, vielleicht die Power hat, um gemeinsam mit der Mannschaft jetzt diesen Umschwung nochmal zu schaffen. 15 Gegentreffer in fünf Spielen waren am Ende zu viel. Kein Konzept, keine klare Linie und eine inakzeptable Mannschaftsführung der Auslöser. Anstatt das Training zu leiten, war der 45-Jährige am Sonntagvormittag zu seiner Familie nach München geflogen. Das verwunderte auch Vorstandschef Karl-Edgar Jarchow, der sich lange hinter Fink gestellt hatte. Jarchow hatte Fink geholt, als Langzeit- und Konzepttrainer. Dessen Entlassung ist auch eine Niederlage des HSV-Präsidenten. Dass eine solche Entscheidung auch immer bitter ist für denjenigen, der im Vorstand dafür verantwortlich ist, oder für diejenigen, ist völlig klar. Ich gestehe das ein, mir fällt das schwer, ich habe es auch betont. Aber ich habe keinerlei Anlass, an meiner Position jetzt irgendwie Zweifel zu lassen oder mich damit zu beschäftigen, dass ich das nicht mehr machen möchte. Das ist für mich kein Thema. Wie geht es nun weiter beim HSV? Vorerst wird Amateurtrainer Rudolfo Cardoso die Mannschaft betreuen. Aber nur kurzzeitig. Durch Hamburg geistern viele Namen möglicher Nachfolgekandidaten. Eines aber schloss Kreuzer kategorisch aus. Eine Verpflichtung von Markus Babbel. Anders als berichtet wurde, habe es auch nie ein Telefonat mit ihm gegeben.